so na verdammt so schnell schon ein gegner da jetzt müssen wir uns ein bisschen anspringen dass wir wieder positiv werden gestorben ok nachladen brauche ich glaube nicht mit der waffe groß zum beispiel noch 92 schuss habe nicht also hier ist kaputt gegangen oha wie sieht es hier aus so ich treffe alter das gibt es nicht schon wieder fünf schon meine unglückszahl oder wie von einer von hinten so ist ja auch ein bisschen anders geworden oder ach so wir sind es hier hey kollege hinten scheine gerannt wir laufen mal rein um die granate rein und laufen mal da hinterher wo sind die gegner einmal durch das trümmerfeld alter lieber schießt aber ich sehe niemand ja was geht bei dir ab ich müssen oh ich habe noch das kleine päckchen nicht mal das große okay keiner da ja nicht getroffen hat er nicht blau so ein trottel okay einer von uns sehr gut schon gedacht der wo schießt ist ein gegner mal der sichtungsbrunnen ist gerade so abgegeiert wo soll ich hin gehen hinterher die laufen jetzt ja auch im kreis oder ja dauerfeuer ich glaube keine gute lösung zum Beispiel habe ich Schutzhilfe bekommen ja kommen und zack wieder ein nahkampf kill so jetzt mal kurz nachladen langsam wird es eng ja aber sterben tue ich gerade nicht so richtig also zumindest werde ich immer wieder belegt wenn ich gar keine granaten mehr habe so ach haben die von der anderen seite geschossen ich habe gedacht von dahin wo ich hingerannt bin kamen die schüsse ist natürlich sehr kacke hallo wo ich jetzt hin stand doch gerade noch da alter ja erblendet ok ist jetzt blöd ist jetzt sehr blöd da jetzt gar nichts sehe ist hier eine gute lage aber da kann ich nicht durchschießen na komm ok wir gehen wieder nach oben für den besseren Überblick ah nein 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 oh ich habe mir überlegt den Pfarrer zu nehmen habe dann gedacht so ja bevor dann alle rumflin so nehme ich nicht jetzt bin ich schon zweimal in so einem Teil gestorben hm soll ich mal wechseln na komm bleiben wir mal hier mit ELSAT war eigentlich so einigermaßen okay vor allem brauche ich ein anderes Visier so keine Gegner diesmal in dem Gang das sind alle auf der rechten Seite so worum jetzt mal hier rum so oh 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 Killhilfe schon gedacht ich kriege einen Kill mach ich nur die Hilfe hier Nein, Granatenkill Bitte, 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 bitte Na, getroffen zum Beispiel mal Und da der Kill Oh, noch vier Schau, auch ein bisschen übel Medic Nicht zwei HP, vier HP Das ist falsch angezeigt Ist jetzt nur ein Treffer, dann bin ich Hinnenüber Oh, nein Ich habe es hinter mir gehört Umdrehen hätte auch nichts mehr Viel gebracht Eigentlich wollte ich zu jemand anders hin Wo ich auf der Minimap gesehen habe Ob ich dann Schritte in meinem Rücken gehört habe Naja So, hallo Keine Ahnung, als bin ich immer noch Ja, lauf mal War der ein Gegner? Wann schießt du? Voll verwirrt Wieso schießen die auf mich? Wie Deppen Wer soll das sein? Halt aber auf mich So, kann ich dir jetzt irgendwie In den Rücken fallen? Irgendwie Moment Ach, jetzt bin ich hier hinten? Ich wollte hier auch in den Eingang rein Na, hast du mich nicht gesehen? Die Position ist wirklich gut Alter Wieso schießt die auf mich? Seid ihr verrückt? Hätte ich irgendwie rot angezeigt oder? So, Squat So, und wo waren sie? Äh Was haben wir eigentlich hier? So ein komisches Paket Die Schwache ist Vor schon für gefragt, aber Achso, was soll das jetzt? Das neue Waffending Markieren Okay Warum so ein Stern? War das nicht immer mal so eine Waffe? So, jetzt bin ich am Zug So, wo sind die Gegner? Etwas kommt einer gleich im Nahkampf oder so Dann eh nicht so eine große Chance Das ist mit dem Teil Oh, hier sind die Ähm Ich bin nicht so allein, ne? Oh Hier spawnen wir wieder wohl? Dann müssen wir glaube ich auf die andere Seite zurück Einmal umsonst gelaufen So So, hier Da in dem Gang müssen sie sein, oder? Na, von hinten Ich verstecke mich Na Bin hier blöd Einmal im Rücken Na, jetzt sind sie weg, oder? Hoffe ich zumindest mal Hä, dass ich keine Gegner mehr sehe Kannst echt nicht sein So, Rächerkill Oh, da stand schon wieder einer Killhilfe Oh, noch täglich zum Nachladen So, einfach reinballern Vielleicht trifft man was Ah, hier haben wir noch den einen Den habe ich ja auch noch dabei Aber unten durchkriechen kann man komischerweise nicht Das verstehe ich jetzt auch nicht So, Killassist Kommt auch raus Na Meiner Oh, von hinten ist einer gestorben Wie ist denn der da hingekommen? Einmal hier durch Okay Bin hier wieder eure Fronten verlagert So, kommt einer runter Ich hab deinen Schatten gesehen Oh, von hinten kommt wieder ein Gegner Ei, ei, ei Wo kam der schon wieder her? So, können wir jetzt eigentlich mal da was verbessern Oder Haben wir was dazu bekommen? Nein, nur die Lackierung Bisher ist kein Griff, gar nichts Müssen wir noch ein bisschen was tun Also der eine Der geht ja mal voll ab Der war nicht mal am Anfang von der Runde dabei, oder? Kommt rein und überholt mich voll Okay, das ist ja auch nicht die Riesenleistung, aber Er hat mich schon weit überholt Euer Ernst Vier gegen eins Und er kriegt zwei Kills Na Ich schau wieder in die falsche Richtung Typisch So, na Und dann Wieder so Wieder von hinten Nochmal Revive Wohl nicht So, na Da lauf ich jetzt nicht rein Das ist irgendwie so eine Todesfalle Wieder außenrum Mal gucken, ob ich sie wieder überraschen kann Oder hier kommt wieder einer Mit einem Granatenwaffe Das ist mal nicht Nach oben Ja, nein Ich gehe mal oben rum Ich fühle mich ein bisschen sicherer Oh, das gibt es doch nicht Wieder so ein Double Death Kann man sagen Dass da nicht einer überleben kann Ich hätte mich ja nicht mehr aufgeregt, wenn ich gestorben wäre Aber Wenn dann beide sterben Wird das schon ein bisschen Naja Okay Und Spraining geht hier auch nicht so gut Oder zum Beispiel mal nicht hier Mit einem Maschinengewehr So Wo swarmen wir jetzt? Swarmen wir nochmal hier Wo kommt der eine her? So Wo ist der eine hin? Da muss ich doch noch ein Gegner sein Nein Hm Oh Alter Hab ich schon gedacht Das wäre ein Gegner Oh, runter Natürlich hoch Oh Oh, komm von Wollte schon sagen Ja, voll auf die Rübe Granate rein So Na toll Jetzt komm ich her Und dann sterben alle So Hier ist noch einer Das ist schon gar nicht gesehen Halt mich ab Oh Hallöchen Blöd rumgestanden So Hier Kann da still sein Vielleicht hört man was Oh Da Hätte ich glaube gar nicht mehr so viel Leben Aber dafür richtig viel abgezogen Aber leider hat es halt nicht mehr gereicht Kein Medic in der Nähe Ich hatte gar nichts mehr Am Anfang ging es noch Und jetzt? Komplett nichts mehr Ja?